Die ganze Flüchtlingsschar, die da hereinkommt, alles mit Absicht geschieht. Viele Politiker, das weiß ich, wissen nicht, was sie tun. Im Gegenteil, sie glauben sogar, sie würden einen ganz christlichen Dienst tun. Ich wäre auch dafür, dass Familien, die tatsächlich um Leib und Leben fürchten oder müssen, wenn man die könnte aufnehmen. Aber was alles da hereinkommt, sind wir überhaupt noch das christliche Abendland? Sind wir nicht mehr schon bald dem Halbmond zugetan? Hat es nicht schon mehr Islamisten bald in gewissen Dörfern? Ja, es gibt Dörfer mit 4000 Einwohnern und haben 6000 islamische Flüchtlinge im Dorf. Macht niemand was. Der Islamist ist zu lieben als Mensch, aber nicht den Islam. Der ist teuflisch. Nichts anderes. Und die Bundespräsidenten oder Bundes, oder wie die alle heißen, inklusiv den Papst. Kommt herein, kommt herein. Befehlt noch, wir sollen sie hereinholen. Und die Bilderberger, die Illuminaten, noch weiter oben, hat es noch ganz andere, wo die Menschen gar nicht kennen. Alter, sie ist ein normaler Mensch. Und die alle sind ja noch einmal, haben einen über sich. Der beste Stratege außer dem Himmel. Luzifer. Sie sind zum Teil ganz oben dran, haben sie sich denn Luzifer ergeben. Andere meinen, es sei in Ordnung, was sie tun, erkennen nicht. Und weiter unten, Fußvolk glaubt auch zum Teil, das ist richtig. Und werden nicht hellhörig, wenn selbst ein Papst ausruft bei den Leuten, das Beste wäre, wenn wir eine Weltregierung haben könnten. Ja, was heißt das? Das wird es nie geben, denn nur einmal wird es das geben, und zwar für alle Ewigkeit. Ein Hirte, eine Herde, das ist aber dann nicht der Papst, das ist dann der Heiland selbst. Das ist jetzt. Vielen Dank.